Wow! Steinberg, wir gehen nochmal rüber. Ja, wundervoll. Ich mag die Zwerge. Wir gucken mal, wie es hier ausschaut. Das interessiert mich jetzt. Okay, da sieht man sie arbeiten. Rasender Bach. Mhm, Fenster. Ja, da sind wir eingestiegen. Das ist immer noch kaputt. Das ist schön. Blau-lila-Rauch. Das heißt, sie machen schon ihren Blausaft. Das könnte dann gut aus... durchaus. Was rede ich da? Es könnte durchaus sein, dass die Maschine im Laufen ist. Mein Hirn kam gerade absolut nicht mehr klar. Wir gehen mal rein. Ja, sie ist am Arbeiten. Wir wollen natürlich damit nicht... Nein, wir wollen damit nichts machen. Aber die Betten sind jetzt wieder schön. Was passiert? Niemand da. Die Arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Hm, da kann ich mich nicht reinlegen. Ach, das ist das Gästebett. Wahrscheinlich kann ich mich da reinlegen und es Tag werden lassen. Aber ich will das gerade eben nicht probieren. Ich möchte hier durch. Hm, verschlossen. Oh, und ich dachte, das würde funktionieren. Deswegen bin ich hier rausgelaufen. Gut, dann funktioniert es nicht. Dann komme ich mal nicht so ins Café. Ein Versuch, was ist wert. Hm. Na dann. Er schmeißt seine Erde hier in den Bach. Hier. Was für eine Verschwendung? Du brauchst doch die Erde noch. Ich habe mich schon immer gefragt, was hier so rumplätschert. Aber gut. Framerate, bitte. Krieg dich ein. So. Ich bräuchte eine Pfanne. Ähm. Ich muss ins Café. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Ich gehe jetzt hier hin, um zu gucken, was hier passiert ist. In der Nacht. Hm, er steht gar nicht mehr da. Diese komische Gestalt steht nicht mehr da. So, so. So, so. Gut, jetzt haben wir hier eine Runde gedreht. Jetzt kann ich mich hier umgucken. Ich rede mal mit den Igelbrüdern. Die stehen da nämlich gerade so. Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, wird das sogar besser, als eine Band zu holen. Okay, ich habe keinen Plan, wovon hier reden. Bretter, die die Welt bedeuten. Sieht aus wie ein Stillleben. Mhm. Stillleben. So, so. Äh. Dann reden wir doch mal mit Herrn Kirchenmaus. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was er wieder zu erzählen hat. Und Junior. Irgendwie hat er sich hier runterbewegt. Was ist das für ein Schild? Keine Sorge. Diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem handelbedingten Sachen und Zeugs. Wir hatten auch noch einen süßen, grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer. Hm. Ein grüner Käfer. Das heißt, wenn wir vielleicht einen finden, dann könnten wir den zurückbringen. Aber reden wir doch mal. Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Ja. Keine Sorge. Diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Oh. Ist ihr Sohn auch ein Magier? Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da stauzt du, was? Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein. Ich dachte nur gerade... Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht... Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzutassen. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner vier Zaubersprüche. Oha. Äh, ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Äh, okay. Mhm. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ähm, ich helf nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior, die Schau zu stehlen. Ja, ja, ich mach ja schon. Oha. Komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. In der Tat. Es ist Magie. Bitte, bitte. Nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Oha, ein großer Magier in der Tat. Junior steht da mit seinen wundervollen Augen. Und er macht ja so viel. So. Die Nuss, ja, die hätte ich gerne. Ich hab mich grad schon gewundert. Die hätte ich sehr gerne. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Die Wassernuss? Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Hm. Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde im Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Aha, ein Programm. Ähm, okay. Ich biete Witze an. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior Jerry, meine Damen und Herren. Applaus. Guten Abend. Ja, loslachen. Oh nein. Ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also, warum überquert das Hund die Straße? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße. Oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Alter. Oh, ich wusste nicht. Jerry. Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne. Nochmal, Entschuldigung. Schon okay. Tja, hat's nicht so gemeint. Ich weiß. Jerry. No. Du kannst Igel doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Hier, nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Witzen, die hier beim herrlichen Publikum gut ankommen. Okay. Ist wohl wirklich ne gute Idee. Danke. Upsi. Das war ein bisschen unsensibel, würde ich mal sagen. Deswegen Themenwechsel und wir fragen, wie's denn mit dem Geschäft läuft. Wie läuft das Geschäft? Bestens. Doch wenn ich auf der Kokospalminsel den wohlverdienten Ruhestand gedieße, soll Junior keine Sorgen haben. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Da wird bestimmt bald die Kasse klingeln. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer. Gut, dann wünsche ich noch viel Glück. Wir suchen den Käfer. Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Was für seltsame Kinder. Ich sag nichts. Nein, alles gut. Alles gut. Wir haben hier ein schlüsselförmiges Unterhalt. Was war das nochmal? Jetzt sind doch ständige Silberfurt. Hey, können wir damit den Käse machen? Nein. Nein. Äh, schade. Hätte sein können. Schokolade. Wir brauchen Kaffee. Wir kommen aber nicht rein. Können wir uns vielleicht, ähm, Zutritt verschaffen, indem wir einbrechen? Hier. Kann auch bestimmt Schlösser knacken. Nein. Verdammt. Ähm, 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 also, ähm, hier kommen wir jetzt gerade nicht rein. Geschlossen. Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Wo ist Anja? Die sollte sich doch um eine Torte kümmern. Dann, wir haben hier auch noch ein leeres Blausaft-Fässchen. Warum auch immer. Mich interessiert's, ähm, wollen wir noch ein Spiel spielen? Mit Junior. Lust auf eine Partie-Quartett? Wir können mit Junior spielen. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Boah, Junior zockt uns mal ab. Okay, warte, das war die Eins, ne? Du bist an der Reihe. Das war die Eins. Dann fragen wir nach der Vier. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr schön. Ja. Mal sehen, welche Karte du da hast. Boah, cool. Wir spielen gegen Junior. Das gefällt mir. Ähm, die hat er ja jetzt nicht. Wir fragen mal nach denen hier. Fangen wir mal hier an. Bei der Aspe. Die Karte hast du ganz bestimmt. Hallo, Junior. Sehr gut. Oh, die hat er. Sehr cool. Dann fragen wir einfach auch noch nach der anderen. Wenn wir da schon dabei sind. Boah, die hat er. Boah, Junior. Schon wieder? Das ist unser erstes. Hm. Fragen wir mal nach dem hier. Wow. Wir zocken Junior voll ab. Und? Die hast du bestimmt. Gut gespielt. Was? Die hat er halt wirklich. Quartet. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ähm, ähm. Wir machen hier einfach mal munter weiter. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Ja, irgendwann musste das aufhören. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Junior. Gegner fragt nach Karte. Nein. Woher wusstest du das nur? Ich hätte doch danach fragen sollen. Gegner fragt nach Karte. Schade. Jetzt hat er die nämlich einfach gehabt, ne? Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Nice. So, ich hol mir jetzt die ganzen Lilanen. Du bist dann der Reihe. So, ich weiß, dass er die jetzt alle hat. So, ich will, ich will die hier. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Boah, die hat er dann doch gehabt. Mal sehen, welche Karte du da hast. So, jetzt will ich den Rest. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Ja, und jetzt die letzte. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. So, jetzt habe ich vergessen, wo der nachher vorhin gefragt hat. Mal sehen. Nach der habe ich vorhin noch gefragt. Ich frage mal nach der. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Oh, die hat er ja. Okay. Mal sehen. Dann frage ich mal doch nach der hier. Die Karte, die hast du bestimmt. Spannend. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Oh nein, die habe ich nicht. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Ich habe echt nicht aufgepasst. Das ist jetzt irgendwie blöd, weil ich könnte jetzt nach der noch fragen. Ich frage einfach die Karte, die hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Tatsächlich. Mal sehen. Mal schauen, ob er die jetzt aufgenommen hat. Das wäre jetzt lustig. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Lieber nachgefragt als nichts getan. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. So, ich bin gespannt. Gegner fragt nach Karte. Oh, cool. Fast. Karte aufnehmen. Jetzt, weiß ich nicht. Vielleicht hat er die gezogen oder vielleicht hat er die hier. Ich frage jetzt nach der. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Oh, hat er. Wow. Ich frage jetzt trotzdem nach dem Laub. Ich frage jetzt trotzdem nach dem Laub. Mal sehen. Vielleicht hat er die jetzt. Könnte ja sein. Die Karte. Die hast du bestimmt. Ach, verflixt. Schade. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Oh, oh. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Oh, oh. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Verdammt. Schade. Ach, nee. Jetzt können wir nur noch nach Laub fragen. Gegner fragt nach Karte. Fast. Ja, haben wir nicht, ne? Karte aufnehmen. Gegner Quartett. Oh. Wähle eine Karte. Also. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Zieh ich die jetzt wenigstens? Karte aufnehmen. Nein. Verdammt. Gegner an der Reihe. Ja, er fragt jetzt nach der. Gut. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Haben wir nicht. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. So, es kann nicht sein, dass er die hat. Ach, nee. Spiel vorbei. Ach so. Wir haben eh gewonnen. Nice. Es wäre nur noch eine Karte da gewesen. Nächstes Mal gewinnst du bestimmt. Aber das ist mir nicht. Immer. Aber das ist mir gewinn,ir Weilerer, folks geht ab und wir sind,ir Chechte schon wieder rausgepresse. Vielen Dank.